Olaf spielt ein Horrorspiel Oh du bist so ein Pisser Yes Hello Hello Oh okay interessant Plexi Oh 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 I'll come back and get it later Oh 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 Ah Leck mich doch im Arsch ey Kaputte Putsche Putsche Oh eine Brücke Verdachtig Schade Wir haben das Häuschen, aha. Eugene, hallo? Keiner Zuhause. Spielende. Sachen. 7.2.1.1847 Ich wollte dich zu erinnern, dass wir uns im Juli erinnern. Für die latinen Translation des Buches, die du mir letzte Mal gezeigt hast. Pastor Clark. Scheiß Penner. Aha, wir haben Paulus den Vierten. Uta setzt da hin. Ich hab's nicht mehr in der Hand. Ich hab's in meinem Mund. Diese Sachen sieht wirklich alt. Ja, weil hier keiner mal gewischt hat. Guck dir doch mal den Boden an. Hier liegt das Klopapier von deinem Nachbarn auf dem Boden, du. Und? Weiter ist hier nichts. Geh mal die Scheiße hoch. Okay. Pick dich. Aha. Eine prima Ballerina. Aha. Oh. Da ist bestimmt das Scheißhaus von lieben Herren Tentakel. Oh. Ist wohl anscheinend geschlossen. Hab ich bei mir auch daheim hängen. Alles normal. Okay. Ich brauche Schlüssel. Warte mal. Jetzt haben wir so scheiß prima Ballerina. Können wir vielleicht mal für dieses Ding darstellen, was mir eben gefehlt hat. Jawoll. Erschlüsseln. Das ist so diese Bude. Da will die Leute die Leute nur reinlegen. Wie hier so ein Scheiß Steinkopf. Hier so ein Rad. Voll gruselig. Alter, alles stürzt hier schon ein. Guck dir den Putz an. Ist richtig nass. Das ist ja etwas schimmelt. Warte mal. Da ist abgedeckt. Bestimmt ist da was drin. Vielleicht ist das ein geheimer Knöchselkeller. Äh. Was für ein Keller. Zwei Süßigkeitensteigen. Ich guck jetzt mal nochmal nach Schimmel. Guck, hier ist schon wieder nass. Ah. Hier ist noch ein. Ich hab doch einen Key. Für eine Tür brauche ich einen Schlüssel. Mach Sachen. Jetzt leg's wieder hin. Leg's hin. Danke. Mann. Leg's hin. Irgendwo muss ich den Schlüssel da reinstecken können. Geht. Junge. Hier ist was. Hallo. Boah, das ist ein Puzzle. Oh, ist das geil. Wohin soll ich den Mist hier klatschen? Ich kann doch nichts machen. Ich kann die nur so mit meinem geilen Penner-Outfit rumlatschen. Wie so ein Penner. Wohin die Pampe? Sau. Sack. Ja, lieber. Es hat ein Ölgemälde hingeschissen. Moment mal. Der hat hier so einen grünen, äh, was heißt grünen, roten Schleier an ihrem Nacken oder so. Irgendwas mit dem roten Schleier. Was ist denn überhaupt für ein Arscher? Hat er so reingegriffen? Das könnte nützlich sein. Erstmal so einen Fremden beklauen. Oh. Klasse. Oh. Oh, krass. Ach so ist das. Oh nein. Der Kopf muss da oben hin. Tadam. Jawoll. Schlüssel hin. Guck, da wird schon wieder kein Staub gewischt. Also wenn ich den in die Finger bekomme, wie das Haus sie gehört. Ich mache da jetzt erstmal ganz aggressiven Frühjahrsputz. Ich sage, die Musik hier macht alles. Das können die ekelhaften Soundeffekte sein, wo ich hängt. Da, wenn ich mal Clownsmusik rein mache. Das mache ich gerade. Mal Achtung. Ne, ist was anderes. Oh. 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 Da setzt, da setzt wieder die Paranoia ein. Leck mich am Arsch. Geh so rein. Oh. Oh. Okay, ist nichts drin. Oh. 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 Ich muss mich noch aufhören. Vielleicht gibt es einen Höhepunkt mal wegen Chumscan. Das ist einfach... Was ist das überhaupt? Stein? Da hat Stein runtergefallen. Hmm. Lecker Rauch in der Schlüssel. Oh. 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 Oh, das ist ein Teller. Fuck. Und die Teller sind näher. Oh ne. Fertig in der Reine, Bria. Ja. Ich bin glücklich, dass du nahe der Haus war und hast den Sinn, dass du direkt in kommst. Ach du Kacke. Sif, bist du es? Was hab ich für Hände? Ach du Scheiße. Aha. Er wird betacht. Sexuelle Belästigung. Schnell die Polizei rufen. Ebenezer könnte ein bisschen davon lesen. Oh, Alter. Ich bin der Amerikaner. Ich kann nicht sprechen. Ich kann nicht sprechen wie so ein Saubolzen. Oh. Jetzt guck nicht weg. Vielleicht springt er dir ins Gesicht. Wetten? Oh. Oh, gib dich, wo ist der hin? Boah, episch. Oh. Die Musik ist top. Das ist aber hingefallen. Was soll der Mist? Und wo bin ich jetzt zum Fick? In seiner scheiß Kellerbar oder so? Wurde ich da hingekübelt? Oh nein. Im Leben. Gut, das Passwort ist Karnis. So, raus hier. Los. Ja, das LSD wirkt. Oh, hier bin ich reingefallen. Ich habe doch den ganzen Schlüsselbund. Was willst du denn noch? Wieder tot. So, da wird man einfach mal gegessen, würde ich sagen. Dieser alte Sack, den verklage ich so auf Unterhaltszahlung ohne Mist. Oh, da ist er wieder. Willst du mich verarschen? Ey, da ist die Klage so ra... Alles klar. Das könnten vielleicht Schaufensterpuppen sein, denke ich. Eine Schale. Oh, Gedärme. Ja, cool. Interessant, interessant. Das ist ein Flat Circle. A life ist ein Flat Circle. Oh, tiefsinnig. Genau wie die Erde. Das ist auch ein flacher Circle. Du me is mine forever. You feed me bite after bite. You bobbels. Okay. So tiefgründiger Mist, den ganzen, die es sonst wohin stecken. Aha. Ein Stock. Ich habe Stock bekommen, Leute. Ich habe einen Stock. Oh, ich finde Öl. Oh, oh. Oh, haben wir einen Enderhaken oder so? Oh, hi. Okay, jetzt haben wir eine Flasche. Schon voll. Lass mal was da. Achso, da. Der muss so. Genau. Und so. Hopp. Das geht doch gar nicht. Oh. Flüsse. Oh, oh. Ich will ja nicht drüben. Nee. Ich muss da aber rein. Also ein Sack Mehl. Cool, cool. Oh, wie kann damit interaktieren, die Jungs? Oh, nee. Noch ein Schlagstock. Ja, schön. Oh, das ist ein Aspirin. Der hat auch sein Bett geschmissen. Ah. Ich brauche die... Ich brauche die missing Packs. Achso. Ich brauche noch so einen. Dann habe ich die leider fertig. Ja, aber habe ich noch Bauamt studiert oder was? Noch Sprossen? Hallo? Gut, wir müssen noch mal nach oben. Oh, oh. So. Können wir die scheiß Schublade aufschließen? Nee. Oh. No, no, no. Gott sei Dank. Perfekt. Jetzt bin ich hier. Och. Och. Och, da sucht das letzte Stück Holz. Top. Ja. An der Scheiße. Hä? Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Ganz ehrlich. Ja, hol den Handwerker her. Es gibt Elsen. Ja, direkt fertig. Ist klar. Dachbodenparty. Nutze die Macht, Luke. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020